Genau das Gewinn- und Verlustsystem ist das demokratische Prinzip, ist das Prinzip, wo eigentlich andere und alle sozusagen mitwählen mit ihrem Geld, was eigentlich Bedarf ist. Verzieht euch Politiker bitte, weil ihr stört mehr und mehr und wir müssen eine wirkliche Art von Marktdemokratie, wird uns viel, viel besser tun. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ich habe hier heute Patrick Schumacher neben mir sitzen und Patrick Schumacher ist ein Architekt für ein großes Architektenbüro, Zaheit Architekt und ihr macht ja auf der ganzen Welt große Prestigeobjekte. Du hast heute in einem Vortrag gezeigt, wo ihr überall dabei seid. Was sind so eure tollsten Projekte? Ja, wir sind weltweit unterwegs, viel in Asien, verschiedenen europäischen Städten, Amerika, Australien. Wir haben zum Beispiel London Olympics 2012 den Swimmingpool kreiert. Wir haben zum Beispiel in Rom das nationale Museum für Kunst und Architektur des 21. Jahrhunderts entwickelt. Im Moment im Bau der neue Flughafen Peking, der größte Flughafen der Welt, wenn er voll ausgebaut ist und so weiter und so fort. Okay. Und du bist ja marktradikaler und das, was du heute im Vortrag gesagt hast, du möchtest alle öffentlichen Plätze privatisieren. Kannst du das mal ein bisschen weiter ausführen? Was hast du da genau vor oder was schwebt dir da vor? Also ich glaube, dass öffentliche Plätze nicht unbedingt von der öffentlichen Hand verwaltet und finanziert oder kreiert und in Besitz genommen werden müssen, sondern dass wir viele Öffentlichkeiten haben, dass wir diversifizierte Gesellschaften haben und dass es eine Verschwendung ist, alle Straßenplätze, Parks nach diesem Einheitsschema für den Durchschnittswähler sozusagen im One-Fit-All-System managen, sondern dass wir eine Ausdifferenzierung eigentlich haben könnten, wo viele verschiedenste Nischen bedient werden können, verschiedenste Charakteren und Gestalten und Initiativen entwickelt können für Straßenplätze und dass da wesentlich mehr Wertschöpfung und Wert für alle dabei rauskommen kann und dass wir alle mehr Freude am Leben haben und dass wir zum Beispiel Plätze haben, wo mehr reguliert wird und mehr sozusagen Sicherheit geboten wird und da, wo mehr Freiheiten geboten werden und nicht alles sozusagen für ein einheitslarmer, langweiliger, unstimulierender und verschwendeter Einheitspreis, wo auch wenig passiert eigentlich in diesen Plätzen, die einfach da vor sich hin vegetieren. Wir würden natürlich jetzt so ein klassischer Etatist sagen, ja, du willst also auch so Stadtparks privatisieren, da können sich doch die Armen gar nicht leisten, in den Park reinzugehen. Wie wird dann in deiner Gesellschaft, nach deinem Ideal so ein Stadtpark da ausgerichtet sein? Nein, jetzt ist das auch so, dass im Stadtpark werden Obdachlose von den Parkbänken vertrieben und man kann sich viele Arten und Weisen vorstellen, wie so etwas finanziert werden kann. Das kann über Werbung laufen, das kann über einfach, wie jetzt zum Beispiel die ganzen Fahrräder in den weltweiten verschiedenen Städten umsonst geliefert werden. Das ist eine Art von Advertising-Produkt für Barclays Bank etc. Also es muss gar nicht heißen, dass man da jetzt bezahlen muss. Da sollen sozusagen 1000 Flowers blooming ermöglichen. Das soll verschiedene Ideen, Angebote, Art und Weise der Finanzierung sich vorstellen kann. Und mit Sicherheit nicht, dass jetzt nur sozusagen öffentliche Plätze jetzt nur für die Reichen da reserviert werden. Und damit kann man mit Sicherheit keinen Profit erzeugen, sondern wir brauchen eigentlich dieses Profit-and-Loss-Signaling, um wirklich den brachliegenden Wert zum Leben zu bringen, meiner Meinung nach. Und es kann sehr, sehr inklusiv sein in verschiedenen Plätzen und manchmal braucht man aber ein bisschen Exklusivität. Ist eine Illusion, dass alles für alle immer offen sein kann und offen ist, dann ist es für niemanden wirklich ein Platz. Und ich glaube, wir müssen da einfach diese ideologischen Schollklappen weg. Das ist es immer. Und die Diskussion ist, es gibt ja jetzt schon viele private Plätze, Straßen, Squares, Parks. Zum Beispiel in Europa hast du da einige Beispielen. In England viel Paternoster Square, in London verschiedene. Diese ganzen neuen King's Cross-Zone, dem großen Vorplatz vor der University of the Arts. Oder in Deutschland. In Deutschland kenne ich mich nicht so weit aus, gibt es bestimmt auch. Mir fällt da jetzt gerade der Bürgerpark in Bremen ein. Kennst du den? Nein, nein. Der ist direkt am Hauptbahnhof da oder relativ nah am Hauptbahnhof da in Bremen. Und der ist halt von einem Verein, wird der getragen. Und du bist da halt und kannst da freiwillig spenden. Die haben halt ein paar Großunternehmer, die dem Park halt immer jedes Jahr ein bisschen Förderbeträge zukommen lassen. Und du gehst da rein und es ist alles bestens gepflegt. Nirgendwo liegt Müll und das habe ich auch erst vor ein, zwei Jahren erfahren. Und das können sozusagen Multinationals sein, die Firmen, die das weltweit betreiben oder lokale Grassroots-Initiativen oder Charities. All das ist sozusagen möglich und kann man sich vorstellen und führt nur zu einer Diversifizierung des Angebots. Und dafür macht uns alle reicher, meiner Meinung nach. Und es ist nicht, um Leute da auszuschließen oder jetzt sozusagen, ja, diese Befürchtung halte ich nicht für glaubhaft. Und dieses, wir sollten auch ein bisschen mehr Freiheit riskieren. Nicht, ich finde es schlimm, wenn ich in der Demokratie, dass man immer 50 Prozent fast der Bevölkerung implizit überzeugen muss, bevor man irgendetwas Neues ausprobieren kann, machen kann. Und das ist eigentlich das Schade. Und deshalb plädiere ich eigentlich für mehr Freiheit, dass man individuelle Initiativen starten kann, dass man sein eigenes Geld eben riskiert, in sowas investiert. Wenn es nicht klappt, kommen andere zum Vorstellen. Eine andere Idee zum Vorstellen, das ist ein schnelles Ausprobieren. Der Marktprozess ist ja ein Entdeckungsprozess, eine Art von Forschungsprozess über das, was Leute annehmen. Und dann oft wissen wir ja gar nicht, was wir wollen. Wir haben ja oft sozusagen verbockt und verbohrt. Und es muss uns erstmal was vorgeführt werden, ein Angebot, dann merken wir, was wir eigentlich wollen. Und ich glaube auch an Marktführerschaft. Also ich bin als Architekt auch so mehr auf der Avantgarde-Szene. Und wir versuchen nicht herauszufinden, was Leute fragen, was sie eigentlich schön finden und gut finden, sondern wir stellen uns vor, was könnte vielleicht eine Chance haben. Und für mich ist sozusagen Marktunternehmer auch jemand, der führt, anführt und provoziert und risikobereit neue Wege geht. Und das kann ich mir auch im öffentlichen Bereich vorstellen. Und vor allem aber auch, ich habe mich gewehrt gegen diese Überstandardisierung und Regulierung, nicht nur von öffentlichen Plätzen und Straßen, sondern von allen Gebäuden. Vor allem im Wohnungsbau, aber auch in was wo gebaut werden darf, wo Geschäfte sein sollen, wo Büros sein sollen, wo Wohnen sein darf und kann. Und mit welchen Durchmischungen, welchen Einheiten und wie Wohnungen auszusehen. Im Allem ist das völlig überstandardisiert. Wie viele drei, zwei Einzimmerwohnungen, wie groß die Zimmer, dass eine Waschmaschine drin sein muss, dass ein Balkon drin sein muss, wie viele von diesen Wohnungen auf einem Kern angesiedelt werden darf. Eine wahnsinnige Überregulierung, die dem Unternehmerschaft und auch der Architektenschaft völlig den Freiraum zur Innovation sozusagen verriegelt, politisch verordnet. Brandschutz und alles, da gibt es ja Verordnung ohne Ende. Brandschutz kann man noch über das streiten, aber auch da finde ich es schlimm, dass wir sozusagen jetzt nach so Regelbüchern und Tabellen vorgehen, anstatt es gibt sozusagen ein intelligentes Feueringenieurswissenschaft, die individuell Lösungen ausarbeiten können, die die individuellen Faktoren eines Grundstücks, einer Situation einfließen lassen und nicht nach Regelbuch. Und Regelbuch führt eben dann auch wieder zu einer Verschwendung von Möglichkeiten, einer Überstandardisierung und Reglementierung, die nicht mehr zeitgemäß ist. Weil wir haben heutzutage sozusagen Simulationskapazitäten im Ingenieurswesen, wo wir ganz individuell das Effiziente und Beste entwickeln können, nicht nach irgendwie einem Standard, One-Fit-All-Regel, die neuen Gebäudekomplexen und Konzeptionen nicht mehr gerecht werden. Zwei Sachen wollte ich jetzt nochmal eingehen, die du gesagt hast. Also erstmal, du meintest ja, Unternehmer müssen halt führen, aber da nochmal als Einwand, ich glaube, ich sehe schon die Kommentare so lange nach dem Motto Unternehmer führen, ist ja ganz schlimm, letztendlich muss sich ja jeder Unternehmer immer den Wünschen des Marktes oder den Wünschen der Menschen unterwerfen. Letztendlich, man investiert dann ganz, ganz viel Geld. Und wenn man nachher einfach an den Wünschen der Menschen vorbeigeplant hat, dann geht das ganze Projekt... Das ist ja so wichtig, dass wir ein Profitsystem haben und auch ein Gewinn- und Verlustsystem. Und die Verluste dürfen auch sozusagen, müssen dann auch getragen werden von dem Unternehmer, der das Risiko trägt. Und ich finde, ich kenne ja viele Unternehmer, bin selber auch einer. Und eigentlich ist es doch so, dass Unternehmer sind eigentlich getrieben, oft die Innovatoren von ihren Hobby-House-Ideen, von ihren Visionen, die wollen die Welt verändern, die wollen etwas bringen. Und genau das Profitsystem, also die sind Idealisten, sind sie sowieso schon alle und immer. Und wir brauchen eigentlich das Gewinn- und Verlustsystem, um sozusagen uns zu disziplinieren, dass wir nicht wegrennen mit Ressourcen und nur unseren eigenen Leidenschaften folgen, sondern das ist genau das Gewinn- und Verlustsystem, ist das demokratische Prinzip, ist das Prinzip, wo eigentlich andere und alle sozusagen mitwählen, sozusagen mit ihrem Geld, was eigentlich Bedarf ist und was nur gedachter und illusionärisch geglaubter Bedarf ist. Und wenn man das vergleicht mit einem politischen Prozess, da wird eigentlich immer am Bedarf vorbei gearbeitet, weil der nicht wirklich greift und in Wahlen alle vier Jahre gibt es ja nur ein Gesamtbündel, in dem alles Mögliche drinsteckt, wo ich gar nicht ausdifferenzieren kann, was eigentlich jetzt Ausschlag gegeben hat und was sozusagen angenommen ist, was einem Bedarf entspricht und was nicht. Und deshalb finde ich es entscheidend, in der heutigen Zeit, wo so viele Innovationsschübe kommen, wo wir unsere Interaktionen, Plätze, Lebensweisen ständig neu erfinden können wollen müssen, im Sinne von Emanzipation und Prosperität, dass wir dort dem Markt viel, viel mehr Raum geben und der politischen Maschinerie, die zu langsam ist, die zu grobschlechtig ist, die nur in Gesamtbündeln agiert, die muss sozusagen runtergeschraubt werden, aus dem Weg sich verziehen. Verzieht euch Politiker bitte, weil ihr stört mehr und mehr und wir müssen eine wirkliche Art von, ja, Marktdemokratie, wird uns viel, viel besser tun und viel, viel demokratisch im Grunde. Man sieht ja halt auch bei Prestige-Objekten, wie zum Beispiel in dem Berliner Flughafen oder Elbphilharmonie, wenn das ein privates Unternehmen gebaut hätte, die wären schon längst insolvent und die werden nie wieder Aufträge kriegen. So die Politiker, die das geplant haben, die kriegen ihre dicken Pensionen, sind immer noch im Amt und da ist halt einfach der Markt, wie du schon sagst, so wenn ein Unternehmer, natürlich werden sie halt irgendwie neue Ideen umsetzen, auch teilweise ganz verrückte Unternehmen oder komplett verrückte Visionen. Und für Kosten, die sozusagen völlig aus dem Ruder laufen, das sind ja nicht nur die Baukosten, sondern die ganzen administrativen, bürokratischen Kosten. Ich bin Unternehmer, ich weiß sehr, sehr genau, wie schnell ich für ein bestimmtes Projekt, ein Produkt, eine Projektentwicklung, ich sozusagen, ich könnte sehr, sehr schnell, liebend gerne die Zeit verdoppeln, die ich daran verschwende und verwerte. Die Teams, an denen ich arbeite, kann ich sehr, sehr schnell und gerne, liebend gerne verdoppeln. Dann bin ich schon in einer Vervierfachung. Das würde ich kaum wahrnehmen als unnormal. Das ist, wir abenden doch was, wir machen doch was Sinnvolles. Also ich habe, also, und ich kann mir sehr, sehr genau vorstellen, ohne das Verlust- und Gewinnsignal, die Preissignale, die Wettbewerbssignale, würden wir mindestens fünf, zehnmal so viele Ressourcen verwenden auf ein gleiches und ähnliches Resultat. Und das ist genau das, was alle Staatsbürokratien, alle staatlich finanzierten Unternehmen tun. Da bin ich tief in meine Knochen hinein überzeugt, dass das zehnfach so viel kostet. Ich bin ja auch, ich kenne auch natürlich Staatsunternehmen, Universitäten, wo ich auch mal unterwegs war, und ich weiß, wie dort gearbeitet wird. Und das ist mit Sicherheit ein Faktor zehn, sozusagen, uneffizient. Und wir müssen uns jetzt mal vorstellen, wie viel reicher wir alle sein könnten, wenn wir nicht, sozusagen, 50 Prozent uns guter Zahlprodukt ist da, sozusagen, verbraten mit einer geringen Effektivität. Und wenn wir dann zusätzlich, sozusagen, durch den politischen Prozess, alles muss ja erstmal überhaupt von uns erarbeitet werden, dass uns als Unternehmern ständig sozusagen Schranken auferlegt werden, Umwege auferlegt werden, also, und die Prosperitätsverluste sind, glaube ich, massiv, die ich mir vorstellen kann. Wenn mit dem Freisetzen von Marktprozessen wird uns allen Wellen viel besser gehen. Vor allem auch mit dem, was uns so wichtig ist, Wohnen, wie wir leben, wo wir leben, wie zentral wir leben, in welchen Umständen wir leben, diese enorme Verteuerung des Wohnraums, wie viel wir zahlen müssen, um, sozusagen, ähnliche, sagen wir, Lebensqualitätswünsche zu erfüllen, das schraubt sich ja ständig hoch. Also, die zwei Märkte, vor allem in England, die so wichtiger werden für uns, die aber korruptierte politischen Prozesse sind eigentlich Städtebau, Wohnungsbau, Wohnen und, und, sagen wir, medizinische Versorgung zum Beispiel. Und die, 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 und, und das ist ein Riesenteil unseres, unserer Existenz. Und da sind wir enorm verschwenderisch. Und deshalb finde ich es so wichtig, dass wir da eingreifen und vor allem auch im Städtebau und im Bauwesen Freiheitsgrade gewinnen, zurückgewinnen für die Unternehmerschaft. Und das Widersprüchliche ist ja auch gerade, dass diese Politiker, die da unwahrscheinlich Ressourcen verballern, die kommen halt immer an, erst mal, der Markt ist böse und Klimawandel, wir müssen nachhaltig sein, die Ressourcen gehen uns aus und auf der anderen Seite sind sie am Ressourcenverballern ohne Ende. Also, letztendlich, wenn man sich mit Politik beschäftigt, wenn man ein bisschen genauer reinschaut, und man sieht halt einfach, das sind alles Heuchler, nicht Ansatz. Heuchler, ja, ich meine, das ist das Problem, das ist das Problem, das Problem ist, ich glaube, dass Politiker wahrscheinlich im ersten Ansatz, wenn sie hineinkommen in die Politik, einen höheren Grad an Idealismus haben als der Durchschnitt. Davon bin ich überzeugt. Leute, die sich berufen fühlen, in die Politik zu gehen, die fühlen sich verantwortlich, die wollen ja das verändern. Aber ich glaube, dass im Prozess selber, im demokratischen Prozess sehr schnell verschleißt und dass man merkt, man muss eigentlich der Mehrheit nach dem Mund reden. Es gibt auch so eine immer schwieriger werdende so eine Political Correctness, kind of, Schiene, die ich glaube nicht, dass es sozusagen, dass sie anfangen als Heuchler, aber die Systemdynamiken im Gegensatz zu eigentlichem Unternehmertum korrumpieren. Und ich glaube, dass in einem, in einer, in der Wirtschaft, in der man im Wettbewerb steht, muss man ständig wirklich reale Werte und Service bringen. Und ich glaube, dass es viel weniger korrumpierend ist. Während das Normale, die Ideologie ist, dass sozusagen Wirtschaft und Profitwesen korrumpiert. Ich glaube, das ist genau das Umgekehrte. Und noch eins dazu, Karitativorganisationen sind eigentlich eher tendenziell ähnlich wie Politikorganisationen. Da ist viel mehr Korruption und Slackness und ähnliche Prozesse wie in der Politik leider. Ich finde, Mises hat das ganz schön gesagt. Mises hat auch gesagt, wer den Menschen, wer denen nicht dienen kann, in denen halt einfach Produkte besser und günstiger herstellt, der muss zur Peitsche greifen und die Menschen halt kommandieren. Und die gehen halt in die Politik. Und wenn man heute solche sieht, wie Martin Schulz zum Beispiel, für mich der Versager schlechthin, der kann nichts anderes als Politiker sein. Ja, ja, well, okay. Ich kenne die Kandidaten. Also ich finde es schlimm, was eigentlich schade ist. Ich finde nicht alle Politiker so schrecklich und furchtbar. Ich meine, der Prozess korrumpiert. Das andere, was eigentlich schlimm ist, dass die Kompetenzdefizite, die ich finde bei Parlamentariern, das sind oft so aus dem Milieu, so Schullehrer und aus der Provinz und sie kommen dann im Parlament an und da ist sehr, sehr viel Rhetorik und Demagogik und Demagogik und gute Ideen, die man so her spricht und ohne wirkliches, diese Figuren, sage ich mal, in Anführungsstrichen, die sitzen zusammen und verbraten und 50 Prozent unseres Produkts und aber ohne wirkliche Verantwortlichkeit und die Überregulierung uns, die wir wirklich Verantwortung tragen und Ressourcen sozusagen hochfahren im Wert und Produkte entwickeln, die wirklich funktionieren, die erfinden Regeln, die sind so weltfremd und so weit weg, glaube ich, von den eigentlichen Wirklichkeiten im Arbeitsprozess. Das finde ich schlimm. Also ich finde eigentlich diese Überreglementierung des Arbeitsprozesses sehr, sehr störend. Und dann ist es ja auch immer, wenn irgendwas schiefläuft, jetzt wie in der Finanzkrise, wo man einfach irrsinnig viel Geld aus dem Nichts geschöpft hat, einfach Blasen erschafft hat, die da einfach geplatzt sind, dann zeigt man natürlich immer mit dem Finger auf andere, dann sind das die bösen Banker gewesen oder die Unternehmer, die irgendwie zu gierig waren und um jetzt nochmal auf den Wohnungsbau zu kommen, man sieht ja überall in Hamburg, in allen Großstädten und in London ist auch ein gutes Beispiel, die Mieten gehen durch die Decke und da heißt es immer, ja, es sind die gierigen Kapitalisten, es sind die großen Unternehmen, die den großen Stil aufkaufen und ja, was sagst du dazu? Das sind Systemweichen, die gestellt werden, die werden in der Politik gestellt und wenn der Markt selber ein authentischer und selbstregulierender Markt produziert nicht solche Irrationalitäten, sondern sozusagen die systematische Eingreifen und Verhinderung von Selbstregulierungsmechanismen führt zu irrationalen Situationen, zum Beispiel in London gibt es diese Zonierungen, hier darf man Wohnungsbau machen, hier nur Bürobau, hier Geschäftsbau, das sind Grundstädte, die nebeneinander liegen und die Wertdifferenzen von Grundstückspreisen, die mit gleicher Lokalisation gleich sein sollten im Markt, die verspringen, weil das eine Grundstück sozusagen belegt ist mit der Opportunität für Wohnungsbau und spezielle Funktionen des anderen nicht und dass der Markt das bis zu einer vierfachen Verzerrung bewertet, zeigt eben, wie irrational dann eben Grund und Boden als Ressource verschwendet wird, wenn sozusagen dieses Grundstück, nur weil es mit einer falschen Regel belegt ist, nur ein Viertel Wert ist, das ist eine enorme Verschwendung, dass sozusagen Unternehmen müssten herausfinden, wie optimal Grundstücksressourcen und Baukonstruktionsressourcen verwendet werden, um Wert zu maximieren, also ein Profit bedeutet eigentlich das, wenn ich dann einen Profit auf dem Grundstück mache, dass ich eigentlich mehr Wert erzeugt habe, als ich hier reingegeben habe in das System und in der politischen Regulierung habe ich keine Kontrolle darüber und ich zerstöre eigentlich potenziellen Wert und Wertschöpfung und mache uns, das macht uns alle ärmer und die Bürokraten haben keine Chance sozusagen auf ihrem Reißbrett irgendwie herauszufinden oder zu wissen, in welchen Kombinationen die Stadtbausteine zueinander finden wollen, denn weshalb kommen wir überhaupt in die Stadt? Wir kommen in die Stadt, um zueinander zu finden in synergetischen, kooperativen Ko-Lokalisationen und die muss man, da muss man sich selber hinein sortieren können und dafür brauche ich die Freiheit, mich zu positionieren und dass ich auch die relativen Kaufkräfte sich austarieren gegeneinander, dass die mit einer höheren Produktionsprozent mehr Chancen hat, sich besser zu positionieren, ist ökonomische Rationalität, die für alle gut ist und jeder Eingriff, die Planer, die sagen, wo was, mit welchen Quantitäten zu passieren hat, das zerstört das Ganze, der ganze Sinn, zusammenzukommen, wird sozusagen korrumpiert und der ganze städtische Produktionsprozess und Lebensprozess wird dadurch sozusagen ärmer und verhindert. Und das sehen die meisten Leute einfach nicht, die sagen einfach, okay, die Mieten gehen nach oben, ach, die und die sind schuld, die kommen einfach mit den einfachen Lösungen, aber dass halt der Staat da total Fehlplanung gemacht hat durch seine Zinspolitik, durch Mietobergrenzen, dadurch, dass er halt nur hier und da Genehmigungen gegeben hat, das sehen halt die meisten. dass Wohnungen sind alle viel zu groß, wer möchte in die Stadt, wer muss in die Stadt, das sind die kreativ-industriellen, die jungen Unternehmer, junge Unternehmer, junge professionelle Arbeiter, die ständig im Netzwerk bleiben wollen, die müssen, die wollen in der Innenstadt sein, die sind zufrieden mit 20 Quadratmetern, die müssen nicht 50, aber 50 ist sozusagen ein Minimum für so eine Wohnung und damit eine enorme Verschwendung, dann können sie es nicht mehr leisten. Wenn wir den Markt laufen lassen würden, dann bräuchten wir auch gar nicht diese ganzen Subventionen. Im Moment ist das System ja so in England, dass durch diese ganze Reglementierung wird die Substanz verringert, die angeboten wird, es werden die falschen Angebote gemacht, dadurch verteuert sich alles, die Teile werden in zu großen Stücken angeboten und dann, ja, dann gibt es, das heißt, man kann sich das nicht leisten und dann wird sozusagen subventioniert, aber dann würden auch Gruppen subventioniert, meistens öffentliche Arbeiter, das ist willkürlich ein Picking of Winners and Losers und das ist dann nochmal eine Falsch, also ein Zuspielen, ein Rationieren an willkürlich ausgewählte Gruppen, die irgendwie in der Stadt auch mit dabei sein sollen, aber für die es gar nicht lebenssüchtig ist, die selber niemals die Ressourcen dafür ausgeben würden. Also völlige Verschwendung von Ressourcen, ein völliges Durcheinanderwürfeln von der Synergie, Texturen, Mixturen, die eigentlich produktiv sein sollten, ist wirklich ein very disruptive of the urban order. In Hamburg ist es so, also ich bin auch so ein bisschen im Immobilienmarkt tätig bzw. war da tätig und in Hamburg ist es so, bislang war es immer so, dass du jedes Wohnungsbauprojekt, da musst du so einen Aufzug drin haben, das war Vorschrift, das haben sie jetzt schon abgelassen, aber du musst bei jedem Projekt, musst du auch dafür sorgen, dass die Mieten bezahlen, also dass mindestens irgendwie ein Anteil von dem ganzen Projekt bezahlbar ist, was auch immer das heißt. Also es kann heißen, dass wenn du in der besten Gegend was für 30 Euro pro Quadratmeter baust oder so, halt richtig exklusiv, dass du dann trotzdem noch was für 10 Euro anbieten musst. So und dann wundern die sich, dass da keiner mehr investiert. Das verteuert nur wieder alles und das heißt diese, wie hast du das genannt, also diese, in Englisch heißt es affordability, all the mechanisms which to solve the affordability crisis make it worse. Ja. Weil sozusagen sie belasten das, was dann noch frei verkauft wird mit der Subventionskosten dessen, was dann verteilt wird und macht dann diesen freien Teil immer nur noch teurer und der Anteil, der sozusagen jetzt subventioniert verteilt werden soll, wird immer größer. Der ist inzwischen bei 50% in London und gleichzeitig wird die Einkommensschranke, bei der man dann auch noch daran teilnehmen kann, subventioniert sozusagen fähig ist, die schraubt sich hoch und die sind inzwischen bei 90.000 Pfund pro Jahr. Das sind sehr, sehr hohe Einkommen, die jetzt alle subventioniert werden und also 50% des gesamten Neubestand mit hohen Einkommen, die werden jetzt alle sozusagen subventioniert und denen wird zugeteilt. Die stehen dann sozusagen Schlange für zwei Jahre und hoffen dann irgendwie eine Wohnung zuzuzahlen, anstatt sozusagen im Markt sich das Richtige zu kaufen. Es ist auf jeden Fall spannend, in welche Richtung das geht. Also in Deutschland hat die, ich glaube das war die Bundesbauministerin oder irgendeine, die dafür zuständig ist, die hat gesagt, ja in den deutschen Großstädten, so die Singles, die gehen da sowieso den ganzen Tag arbeiten, abends sind die eben mit Freunden unterwegs, die brauchen ja nicht mehr als 30 Quadratmeter. Da habe ich schon gesagt, das wird mich nicht wundern, wenn das demnächst heißt, okay, du bist Single in der Großstadt, du arbeitest den ganzen Tag, ach, du wohnst auf mehr als 80 Quadratmeter, also zieh mal bitte um oder, ich meine, das ist einfach... Die Vorschläge kommen schon, also ich kenne auch die Vorschläge, jetzt sind es bei 50%, ich habe gesagt, okay, wenn das so eine gute Idee ist, warum machen wir nicht 60, 70, 80%, warum machen wir nicht den gesamten Wohnungsbestand als sozusagen rationiert und zugeteilt? Das kommt, das ist wortwörtlich, das ist wortwörtlich ein Vorschlag, der aus einer Architektenschaft auch dann kommt. England oder wofür? Ja, das ist weltweit, was weiß ich. Und dann sind wir wirklich im Sozialismus und dann frage ich mich, meiner Meinung nach fällt dann der gesamte Marktwirtschaft in sich zusammen, denn ich glaube, dass wofür wirklich arbeiten letztendlich, wo sich unser Lebensstandard zeigt und auch die Zufriedenheit, wofür geben wir gerne Geld aus? Wohnungen, wie wir leben, wo wir leben, in welchen Umständen, wie zentral, in welchen Quartieren, mit welchem Komfort und Eleganz und Ausdrucksfläche, das macht das meiste fast aus, glaube ich. Und meine Mitarbeiter in London, die sind wirklich inzwischen, das ist kein Scherz, über 80% ihres Gehalts geht in die Wohnung. Sie wissen, sie müssen zentral mit dabei sein, sie wollen etwas. Für mich ist das auch immer so, ich bin bis zum Rand gegangen. Du zahlst so schlecht, dann bist du ein Ausbeuter. Das wird mir zugeschlagen. Klar, natürlich. Ich kann natürlich viel, viel mehr zahlen und trotzdem mein Produkt anliefern im Weltmarkt. Klar, logisch. Und das heißt, die Vorstellung, dass wir sozusagen genau das, wofür wir eigentlich arbeiten, wird dann gar nicht mehr sozusagen im Markt angeboten. Dann brauche ich auch gar nicht mehr zu arbeiten. Dann machen wir uns das alle gemütlich und wir werden alle sozusagen karitativ und selbstverwirklicher. und dann wird uns das, wofür wir eigentlich arbeiten, nämlich schon sowieso zugeteilt, dass das sozusagen in sich zusammenfällt, in kürzester Zeit, genau wie dieses sogenannte Grundeinkommen, wo wir uns alle schon darauf freuen, dass wir alle garantiert bekommen. Das ist halt so, so kurze Beine, glaube ich. Aber diese Vorschläge kursieren und faszinieren Leute, weil es ja so bequem ist. Das ist so eine Art Schlaraffenland, in dem wir leben. Wir kriegen eine schöne Wohnung zugeteilt und ein Grundeinkommen und jetzt können wir uns endlich sozusagen selbstverwirklichen und was Gutes tun für die Gesellschaft. Aber das bestimme ich, was gut für die Gesellschaft ist. Da gibt es kein Signal zurück über einen Markt. Und das sind illusorische Phantasmen, die sehr, sehr schnell kollabieren. Ja, Patrick, jetzt kann man natürlich noch viel länger über dieses Thema philosophieren. Hast du irgendwelche Quellen, wo, wenn einer von meinen Zuschauern da noch ein bisschen tiefer reingehen möchte, wo er da recherchieren kann, gibt es da irgendwelche Bücher oder Videos bei YouTube oder irgendwelche Internetseiten? Was würdest du empfehlen? Das gibt es schon, klar. Also es gibt meine, ich habe dieses Jahr schon 30 Vorlesen gegeben und einige sind auf YouTube und über die Jahre ich veröffentlich viele Artikel. Auf meiner Webseite kann man sich finden, aber es sind natürlich viele andere. Also ich bin Fan von Mises University. Okay, wir haben heute hier ein paar schöne Vorträge gehört. Also Titus Gable Free Private Cities. Super Konzept da, was Hoffnung macht. Das ist ja nochmal ein Schritt weiter von dem, wo wir jetzt drüber reden. Du bist ja halt so trotzdem noch im System drin, was man halt auch in Hamburg oder London machen kann. Und das ist jetzt einfach aber was komplett Neues. Ja, ja, das ist spannend. Also Lieberland ist auch noch so ein spannendes Ding. Ich arbeite mit Lidetschka, wir kennen uns, wir sind befreundet. Die Konferenzen, die er aufgesetzt hat, sind sehr, sehr spannend. Die Lieberland-Konferenzen, da habe ich auch gesprochen. Themen, okay, die Themen sind weiter ausgreifend. Das sind nicht mehr nur Architektur natürlich, das ist Politik. Aber ich finde eben Städtebau und Stadtentwicklung hat sehr, sehr viel zu tun mit Gesellschaftentwicklung. Die gebaute Umwelt ist eigentlich sozusagen das Gerüst, das Skelett, die evolvierende Struktur, die stabilisiert und sich entwickelt zusammen mit gesellschaftlichen Prozessen. und man sieht auch zu verschiedenen Stadien, verschiedenen Gesellschaftsstrukturen und Konzepten, die gebaute Umwelt sieht ganz anders aus. Sozialistische Verbandenstadt ist was anderes als sozusagen City of London, Cultural Hub, Medien, Finance Hub, verschiedene Perioden, Regionen, Gesellschaften, die bilden sich immer wieder ganz anders aus. Und das ist für mich auch ein Thema, das abzulesen von der gebauten Umwelt. Morphologien, Strukturen, auch wie die entstehen und sich weiterentwickeln, das finde ich faszinierend. Und ich bin immer auf dem Trichter, das lässt sich nicht mehr planen. Die historische Periode des Städtebaus im Grunde ist eine zentral planerische Entwicklung von Trabantenstädten, New Towns, Brasilia, das war das 20. Jahrhundert, das ist völlig undenkbar. Die Innovationsdynamiken, die Komplexität, die Flexibilität, die so ein Prozess entwickeln muss, das sind für mich sozusagen dezentrale Intelligenzprozesse der Entwicklung, wo viele Intelligenzen aufeinander greifen, so ein völliges bottom-up Stadtentwicklungsprozess. Waren, glaube ich, und so sehen Städte auch heutzutage aus. Diese Planungsschiene ist tot. Es gibt natürlich Planer, die versuchen, einzugreifen, aber wenn ich so eine Stadt wie London anschieße, weißt du, davon ist nicht sehr viel mehr geplant. Das sind Dynamiken, die sich breit machen und ich finde das spannend und das hat eine enorme Rationalität, dieser Selbstorganisationsprozess, aber als Architekten, wir begleiten das mit einem Diskurs und haben Konzepte, wie wir da auch wieder Lesbarkeit und Ordnung hineinbringen wollen, aber das ist ein anderer Podcast vielleicht fürs nächste Mal. Ja, okay, super. Vielen Dank für das Interview, Patrick. Danke, danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.